Viola Davis ist eine, es ist meine absolute Lieblingsschauspielerin. Ma Rainey's Black Bottom. Ey, das ist, das ist ein cooler Film. Mir ist die Klappe runtergefallen, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Was macht die denn da wieder so Tolles? Und dann habe ich ihn mir angeguckt bis zum Ende und dachte, diesen Film kann man nicht synchronisieren. Das kann nicht funktionieren, weil die so schwarz, das ist mit dieser Melodie, mit diesem Groove. Aber du musstest es trotzdem machen. Ja, ich habe es ja gerne gemacht.